Alle Gartenfreunde, heute zum Sollamt werden wir mal bekieren und zwar bekieren wir Auberginen, Paprikas und die nicht gewollten Tomaten. Wie gesagt, im letzten Video habe ich nicht ausgesät, war verkehrt das Saatgut, dann werde ich mal 5 Stück machen davon, dann sehen wir was die folgende Sorte ist. Bevor es los geht, Gartenfreude, kommt wie immer die Maise. So, Gartenfreunde, da werden wir mal anfangen mit den Oberschienen und den Paprikas. Äh ja, den komischen Tomaten. Ich habe hier einige Nennfische vorbereitet. Und hier werden wir die Auberginen rein machen und die Tomaten. Dann mache ich von jedem, also Oberschienen 6 oder 7 und 5 oder, naja 5 Stück, 5 Tomaten. So, und zwar habe ich ja hier die Nöpfe allerdings auch nicht ganz voll gemacht. Weil die wachsen ja raus, bei mir. So. Dann werden wir hier erstmal eine vorsichtig raus pulen. ein bisschen Platz machen. Hier haben wir hier Oberschiene. Das ist Oberschiene, weil die Paprikas haben schon andere Blätter. und wenn es geht, an den Glättchen anfassen. Die haben ungefähr halb voll mit Erde. Dann kann man die immer noch auffüllen und richtig rein drücken, dass bloß noch die Keimblätter zu sehen sind. So. Hier ungefähr bisher habe ich Erde. Ein bisschen andrücken und angießen und mehr ist erstmal nicht zu machen. So. Mal gucken hier, so eine komische Tomate. Wir machen auch noch mal eine Auberginen, habe ich da hier eine. Mal von jedem 2 Stück machen. Dann hat es ja bestimmt jeder kapiert. Ein Loch pulen. Nein. Das drücken. Dann noch etwas fest. Ich kann auch sagen, dass wir ein, zwei eingehen. Wenn die verletzt sind, dann lieber zwei, drei mehr machen. Weil wenn bei mir fünf Auberginen kommen, die überleben, reicht man die vollkommen zu. So viele Auberginen, die hängen ja dann Massen dran. Hier bei den komischen Tomatenpflanzen, die sind nämlich schon ziemlich lang. Möchte ich mal in den Topf nehmen, wo ein bisschen mehr Erde drin ist. Mal sehen, was da vorne so da ist. Mal sehen, was anrücken. hier guckt ja nun da stecke ich ein bisschen mehr raus wenn sie eingewachsen ist nur zwei drei tagen und die steht noch kann man dann wieder bis zu den keimblättern auffüllen da haben wir noch eine machen Für Tomaten ist eigentlich auch der Tätig. zum Aussehen. Ich tue erst dann nächste Woche richtig Produktion anfangen mit Tomaten. Ich würde sagen, hier muss der Versuch. So, dann suche ich mir jetzt noch die Besten hier aus. Einem Oberschienen und Tomaten und dann ist gut. Hier haben wir noch ein paar Oberschienen. Die werde ich mir noch aufheben. Im Fall noch zwei, drei eingehen. Das habe ich jetzt hier in die Schalerei gesetzt. Die Decke ist allerdings nicht zu. Da habe ich sechs Tomaten und acht Oberschienen. Natürlich müssen wir die auch ordentlich bewässern erst mal. Damit sie auch erst mal anmuteln. die restlichen natürlich alleine für Sprühnetze. Und dann stellen wir die Böse ans Fenster. Warum ist es auch nicht mehr so warm? Dann schießen die Böse und jetzt in die Höhe. Und wie gesagt, wenn die mal der Tomate zum Beispiel wenn die angewurzelt ist, sieht man ja noch zwei, drei Tagen, ob sie dann da steht, dann ruhig bis hierher wieder auffüllen. Die wechselt immer höher, immer höher, höher, höher. Gut. Dann haben wir die ersten zwei Sorten Kappelsch. Jetzt kommen wir zur Challenge. Zur Blockpaprika. Gartenfreunde, die Paprikas. Da habe ich ja hier eine Schale. Außerhalb der Meute sind wir. Irgendwenn. Und dann haben wir ja noch mal nachgesät. Die sind bedeutend kleiner. Die lassen wir noch. Die werden noch nicht gemacht. Aber diese hier. Diese werden heute pikiert. Paprikas mache ich mehr. Die werden bestimmt nicht reichen, aber naja, mal sehen. Ich werde erst mal zwei, zwei, drei Stück machen. Meine Paprikas kommen bei mir ins Gewächshaus und keine Tomaten mehr. Da habe ich mehr Platz. Können wir ein paar mehr Paprikas machen. Auch gleiches Prinzip. Ungefähr halb voll. Den Napf hinein. Ich werde mal dann fotografieren. Wie sie heute aussehen. und dann alle zwei, drei Wochen noch einmal ein Foto und dann zum Schluss zeigen, vor der Aussaat, wie sie aussehen. Also die sind dann garantiert, gucken dann bestimmt zehn Zentimeter aus dem Topf raus. Allerdings ohne Stängel. Der Stängel bleibt dann in der Erde immer, weil ich ja immer in der Erde auffülle. Einmal. Das waren allerdings jetzt ja die fünf Stück, die ich mir aus der Saatgutkiste rausgenommen habe. Das waren schwarze Paprikas sein. sind eigentlich von sechs Korn fünf gekommen. Das ist eigentlich ein gutes Ergebnis. Sie sehen eigentlich ganz gut aus. oder sehen gut aus. So. Machen wir noch eine? Wenn wir Videomaterial haben. Na, ne, machen wir noch. Und auch immer hier an die Plätze anfassen. Nicht an die Stängeln. soll ich auch dann angießen. Nicht vergessen. Die restlichen Millionen mache ich alleine. Die ersten 22 Paprikas habe ich fertig. Ich habe dir da vorne schon mal gezeigt, die Schale mit den zweiten Paprikas. Wer es nicht auffällt, kann einmal zureck spulen. jetzt sind die kleiner. Ich habe noch mal wie immer wie ich das mache Erde nachgefällt. Diese kompakter werden. So, dann noch was. In die ersten wieder Kommentare kommen. Natürlich sind hier auch Löcher drin. In den Becherchen. Staunässe vertragen sie nicht. So, gibt es sonst noch was zu sagen. Eigentlich nicht. Dann fällt mir noch allein. Oh, zu tief wieder. Gut. Na ja, fällt doch mal allein. Da wird es wieder ein Wässerchen geben. Und dann immer wieder nachfüllen. Genauso wie bei den Tomaten und bei den Auberginen. Wie gesagt, dann mache ich noch mal ein Foto. Dann gucken wir, mache ich noch mal ein Foto, alle drei Wochen ein Foto. Und dann werde ich die mal kurz, bevor wir die Pflanzen noch mal einblenden. Gut, sonst noch irgendwas eigentlich nicht. Läppern noch rein. Läscher abgedacht, auffüllen. Gut. Na gut, alle werden nicht durchkommen. Aber ungefähr so immer voriges Jahr sind wir über vier Stück eingegangen mit den ganzen Paprikas. Manche wachsen ja auch nicht, die brauchen ja gar nicht auspflanzen. Die mickern vor sich hin. Oder wenn man dann ja einige verletzt, die gehen dann auch ein. Aber meistens kommen eigentlich durch. Gut, wird wir Tomaten aussäen. Alle Sorten, die ich habe, kommen dran. Wo meine eigenen Sorten und die ich gekauft habe und die ich zugeschickt gekickt habe, werden von jedem was aussehen. Also, wieder einschalten am Mittwoch. Vor heute war es das Skatenfreunde. Blaue Ukraine. Bis Mittwoch.